Willkommen zu Puckes Meinung. Heute mal zum Thema Ukraine, Israel, die ganz heißen Themen, die natürlich heute immer überall Streitthemen sind, wo sich Leute gegenseitig an die Gurgel gehen und in irgendwelche Ecken drängen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht hingehören oder selbst hingehören. Und da will ich vielleicht auch mal ein bisschen was beitragen, wie man vielleicht ein bisschen respektvoller miteinander umgehen kann, wie man vielleicht den anderen besser überzeugen kann mit vielleicht Argumenten und dass eben alles nicht immer schwarz und weiß ist. Und ich weiß ganz sicher, dass jetzt auch viele bei mir nachher natürlich drunter schreiben werden. Ja, das ist aber nicht so, weil dies und das und jenes ist völlig in Ordnung. Ich sage auch ganz klar, dass diese Themen, dass die auch teilweise so komplex sind, dass ich mir da einfach keine eindeutige Meinung bilden kann und auch möchte. Möchte ich einfach nicht, weil am Ende das natürlich auch für mich keine direkte Auswirkung bedeutet, weil ich da nichts ändern kann. Wenn ich nichts an einer Situation ändern kann und die sich für mich halt sehr nebulös und komplex darstellt, dann muss ich mich nicht zwangsläufig damit auch noch belasten mit solchen Gedanken oder mit solchen starken Diskussionen, Streitgesprächen mit anderen. Da habe ich einfach Besseres zu tun, wo ich Menschen an anderer Stelle eben deutlich besser und mit deutlich mehr Wirkung eben auch helfen oder überzeugen kann und stecke meine Energie doch lieber da rein, als die ganze Zeit eben bei Twitter auf andere Meinungen irgendwie loszugehen und zu meinen, dass ich eben dann die einzig richtige Meinung habe. Wir sehen, dass wir viele Probleme haben auf der Welt und dass natürlich das Ganze so richtig ins Rollen gekommen ist mit vor allen Dingen den Kriegen, wo eben Putin die Ukraine angegriffen hat, also Russland die Ukraine angegriffen hat. Und das sieht man natürlich auch in der Geschichte, dass es selbst da eben schon sehr viele Reibereien eben damals gab und dass man natürlich Argumente zumindest auf beiden Seiten nachvollziehen kann, warum der eine vielleicht so gehandelt hat und warum aber trotzdem man eben auf der anderen Seite jetzt der Ukraine vielleicht helfen sollte. Und dass so ein Angriffskrieg natürlich nicht alles entschuldigt und solche Geschichten. Natürlich haben die beiden Länder eine lange Vorgeschichte im Endeffekt. Da sind einige Gebiete eben schon vorher von Russen so halbwegs annektiert gewesen. Auch die Krim damals, wo die einfach so über Nacht übernommen worden ist, annektiert worden ist, da hat keiner irgendwas gesagt großartig oder gemacht. Ja, das wurde einfach so hingenommen. Es wurde nicht wirklich etwas getan, um so etwas zu sanktionieren im Endeffekt, wo man dann wirklich auch einen spürbaren Effekt hat. Natürlich hat man du, du, du und hier Gespräche und hier ein paar Sanktionen. Aber wirklich etwas Spürbares ist es dann doch nicht, wenn ich das dann mache. Das ist wie ein Kind, was dann irgendwo was klaut im Endeffekt. Das darf dann seine geklauten Sachen dann auch noch irgendwie behalten, bekommt er vielleicht mal kurzen Klaps auf dem Hintern und dann geht es weiter. Dann wird das Kind natürlich immer weitermachen und sieht, dass es keine großen Strafen dafür gibt. Das ist natürlich das Ding, was wir dann eben Jahre später dann gesehen haben, dass Russland sich dann natürlich sagt, dann jetzt holen wir uns vielleicht auch mal so ein bisschen mehr von der Ukraine. Dann gab es natürlich auch noch so den Hintergrund, dass natürlich Putin die Ukraine im Endeffekt so als Puffer zu Europa dann eben haben wollte, um da eben Sicherheiten zu haben und so weiter und so fort. Naja, ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln, dass Europa oder die NATO entsprechend Russland irgendwie angreifen würde, weil das ist schon irgendwie weit hergeholt. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass man da gewisse andere Neutralitäten natürlich dann vielleicht auch hat. Ob es jetzt Handel ist, den ich dann mit der Ukraine noch treiben kann und wenn es dann zur EU gehört oder zu NATO, dann ist das vielleicht auch wieder eingeschränkt und solche Sachen. Das heißt, sowas muss man natürlich dann auch alles betrachten, dass es jetzt nicht nur um Krieg geht, sondern eben auch um Handel und viele andere Dinge, die da im Hintergrund laufen. Und es lässt sich natürlich deutlich einfacher so ein Land beeinflussen von außen durch Manipulation, Gelder und so weiter, wenn es dann eben neutral in Anführungsstrichen ist. Solche Dinge muss man alles berücksichtigen. Was da jetzt auch alles in der Vergangenheit, was weiß ich, 1990 oder was das war, dann per Handschlag und nicht festgehalten dann eben versprochen wurde, dass halt die EU sich nicht weiter oder die NATO sich nicht weiter in den Osten fortpflanzt und solche Geschichten. Das weiß ich nicht. Das sei mal dahingestellt, was da wirklich alles immer gesagt worden ist. Aber man muss natürlich auch akzeptieren, dass irgendwann nach Jahrzehnten und so weiter die Welt sich einfach insgesamt ändern wird. Wenn viele Länder dann eben auch sehen, dass vielleicht so eine NATO oder EU für sie einen Vorteil bieten kann, was Sicherheiten angeht, weil es bei ihnen im Land halt immer schlechter läuft und sie halt keine andere Hilfe bekommen oder ähnliche Dinge. Dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, wenn man seine Meinung dann auch ändert und das sollte man natürlich dann auch akzeptieren und zulassen. Das ist natürlich ganz klar. Und man muss natürlich dann auch sagen, dass man ja nicht das Recht hat, im Endeffekt andere Länder dann irgendwie daran zu hindern, selbst so zu handeln, wie sie dann eben handeln wollen. Das ist auch ganz klar. Also man kann beide Seiten, Argumente, Gedankengänge zumindest, kann man nachvollziehen. Trotzdem ist es natürlich auch für mich ganz klar ein No-Brainer, dass man in irgendeiner Weise dann ein Land angreift, so wie es da eben geschehen ist. Gerade wenn man eben völlig die ganzen Städte zu bombardiert und alle möglichen Sachen, wenn dann Zivilisten in so großen Mengen zu Schaden kommen, wenn man eben dann auf beiden Seiten passiert, dass natürlich auch Kriegsverbrechen begeht und solche Geschichten. So ein Angriffskrieg von Putin ist natürlich dann auch nicht in Ordnung. Und ich fand das natürlich auch dann gut oder finde es immer noch gut, dass man die Ukraine natürlich auch dann unterstützt. Weil sonst wäre sie tatsächlich, das schätze ich einfach mal, wäre sie heute nicht mehr da, sondern wäre dann eben in russischer Hand. Das könnte man mit Sicherheit so sagen. Es ist natürlich auch so, dass man auch auf solche Dinge, wenn man jetzt immer gesagt hat, wir mischen uns jetzt nicht in Kriege ein und solche Sachen, dass es natürlich problematisch ist, dass wenn man anderen Ländern eben zeigt, dass sie einfach was annektieren können, ohne dass es da eben nennenswerte Konsequenzen gibt, dass das natürlich am Ende für den Weltfrieden auch nicht unbedingt positiv ist, weil alle kleineren Länder dann ausradiert werden. Also es ergibt keinen Sinn, da eben dann auch nicht zu unterstützen und einzugreifen, weil sonst macht man sich selber natürlich irgendwann angreifbar im Endeffekt, weil dann man auf einer riesengroßen Macht eben gegenübersteht, wo man dann vielleicht auch nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und da muss man natürlich auch ein bisschen an die Zukunft dann denken. Das heißt, dass man dort unterstützt, ist auf jeden Fall nachvollziehbar und auch natürlich richtig, wenn man eben angegriffen wird. Dann helfe ich da auch. Es ist aber nicht so, dass ich mich jetzt auf die Seite von irgendjemandem stelle. Schon gar nicht von Russland. Das ist kein Land, in dem ich leben möchte oder wo ich entsprechend die Akteure gut finde oder Sonstiges. Bei der Ukraine ist es aber exakt genauso. Da weiß man genauso, dass es ein korruptes Land ist entsprechend, dass da eben auch der Demokratiegedanke jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Messlatte steht. Und es ist auch so, dass ich das Land dann natürlich auch nicht in irgendeiner Weise mit einem Fähnchen oder was auch immer bejubeln muss. Es ist für mich dann eher so wie in einem Gefängnis, sag ich mal, wo dann zwei Verbrecher dort sind. Die kloppen sich gegenseitig. Dann helfe ich natürlich trotzdem denjenigen, der angegriffen wurde oder der am Boden liegt und gerade getreten wird. Trotzdem muss ich mich mit keinem von diesen beiden solidarisieren und dann eben auch noch dafür eintreten in Diskussionen, in Streits im privaten Raum. Weil da können wir sowieso jetzt nichts aktiv entsprechend machen. Wir können zwar darüber diskutieren, aber sobald das eben dann wieder zu Stress untereinander führt, man sich spalten lässt, was ja dann eben heute gemacht wird, dann sollte man überlegen, ob das Sinn ergibt, sich wirklich auf eine Seite dann zu stellen im Endeffekt und die bis zu seinem Tod im Endeffekt zu verteidigen. Oder ob man dann nicht am Ende sagt, okay, pass auf, das sind meine Argumente, das sind deine Argumente. Wenn du die nicht nachvollziehen kannst oder möchtest, dann musst du das einfach so weitermachen, wie du willst. Aber es ist so, mach dich doch selber damit am Ende nicht verrückt. Und genauso ist es jetzt bei Israel, Palästina und so weiter. Die einen, die schreien Free Palästina, die anderen sagen Israel und alle anderen, die dann da was gegen sagen, das sind dann eben wieder Nazis und solche Geschichten. Ich finde das langsam einfach ziemlich traurig, was in der Gesellschaft dann eben passiert. Wie stark man sie vereinnahmen lassen kann von eben diesen Gruppenbildungen. Ich wundere mich nicht, wie 1933 oder andere Sachen in der Geschichte passieren konnten, zugelassen werden konnten. Also egal, um welche Sachen es sich handelt, eine Atombombe zu werfen oder sonstige Geschichten. Es wundert mich nicht und es würde mich nicht wundern, wenn das in der Zukunft immer wieder so weitergeht, weil Menschen nicht dazu in der Lage sind, sich eben neutral, sachlich einer Sache vielleicht gegenüberzustellen, Lösungen vielleicht zu finden, die Probleme, Konflikte vielleicht aufzuarbeiten und eben auch zu akzeptieren, dass natürlich auf der einen Seite Palästina vielleicht auch oder die Palästinenser vielleicht auch einen gewissen Anspruch haben, wenn sie da von Israel die ganze Zeit weiter im Westjordanland oder so ihre Gebiete weggenommen bekommen, unter Druck gesetzt werden, benachteiligt werden oder was auch immer. Das ist natürlich ein Punkt, der zu Streit führt. Auf der anderen Seite selbstverständlich auch keine Rechtfertigung, dort eben Raketen nach Israel reinzuschießen mit den ganzen Terroristen und entsprechend hier diesen krassen Überfall zu machen. Selbstverständlich kann ich es nachvollziehen, dass Israel dann natürlich auch sagt, jetzt reicht es hier, aber jetzt gehen wir da rein und jagen da mal wirklich alles durch. Da sagt man dann eben auch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende oder wie auch immer. Ihr kennt es. Also wenn man da natürlich gar nichts macht und dann sagt, doch wieder zurück und hier und da, dann wird die Geschichte natürlich auch immer und immer weitergehen. Es werden am Ende wahrscheinlich noch mehr Menschen sterben, wenn man da jetzt eben noch zehn Jahre weiter Raketen fliegen lässt, Geiseln und so holt. Also das hört ja nicht auf. Das wird am Ende noch schlimmer, weil Terroristen natürlich sich dann auch immer weiter aufbauen können, mehr Anhänger bekommen und das Problem wird sich dann nicht von selbst auflösen im Endeffekt. Wie man das dann lösen kann, wenn natürlich auch die Gruppierungen Terroristen nur eine ganz bestimmte Lösung dann eben zulassen, ja, die aber dann eben für die andere Seite oder insgesamt für die Gesellschaft dann auch negativ wäre, da muss man eben auch ganz klar sagen, nee, das können wir nicht akzeptieren, da können wir dann eben nicht alles zusagen. Kompromissbereit muss man immer sein, klar, aber ich finde es generell, dieses gesellschaftliche Ding, was wir daraus machen, dieses Extreme, sich zugehörig fühlen zu irgendeiner Sache, dafür dann einzustehen, obwohl man davon selber nichts Positives oder nichts Negatives am Ende hat, das finde ich ehrlich gesagt extrem bedenklich. Und am Ende ist es eigentlich das gleiche Problem, was wir immer sehen. Es sind Ideologien, es sind einfach nicht faktenbasierte Dinge, Religionen, die sich am Ende dann eben spalten, gegenseitig angreifen, bekriegen und das ist halt eine Sache, wo man vielleicht mal nachdenken sollte, dass man doch nicht genau da mitmacht, was am Ende einen Schaden und Tote und Kriege verursacht. Ja, also Ideologien, dann eben auch noch da reinzugehen und dort eben mitzumachen. Und da ist bei mir als logisch denkender Mensch, ist da einfach überhaupt nicht, ich habe da kein Verständnis für. Ich nehme einfach mal an, dass dieses Mitläufertum, was wir eben auch damals schon hatten und so weiter, dass es eben alles immer daraus resultiert, dass Menschen übermäßig Angst haben, dass sie sich vielleicht alleine fühlen, ein Zugehörigkeitsgefühl brauchen, um am Ende eben, ja, Wohlgefühl zu haben, Glückshormone auszuschütten und dass sie damit eben sich als Gutmensch darstellen wollen in irgendeiner Weise, ja, sich profilieren wollen mit etwas ganz anderem, was sie selber gar nicht geschaffen haben im Endeffekt. Dieses ganze Trittbettfahrer-Gedöns, was wir eben heute haben, sehe ich halt für extrem problematisch. Wenn zwei Streitparteien da sind, dann versuche ich als neutraler Richter im Endeffekt, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Richter versucht eben, die Faktenlage zu analysieren, keine persönlichen emotionalen Dinge mit reinzubringen, keine nicht faktenbasierten Dinge da irgendwie reinzuinterpretieren, nicht aggressiv vorzugehen. Und das ist eigentlich das, was wir vielleicht mal ein bisschen mehr beherzigen sollten. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung zu diesen Konflikten. Wir können gerne im Detail darüber diskutieren, was ich zumindest aktuell der Meinung wäre, was vielleicht man machen könnte, sollte. Aber wie gesagt, mich damit dann eben so intensiv zu beschäftigen, weil das keine signifikanten Auswirkungen hat, ist natürlich auch Quatsch. Wäre ich jetzt Politiker, hätte irgendwie eine starke Meinung, die ich da vertreten kann, dann ist es natürlich so, dass ich mich damit deutlich intensiver noch beschäftigen würde, mit den ganzen Hintergründen. Aber bis dahin ist es eben unsere Aufgabe, zumindest nicht weiter zu spalten, sondern entsprechend Menschen zusammenzubringen, zu zeigen, dass man eben zusammen gegen diese Kriege ist in irgendeiner Weise und dann die Ideologien, Religionen abzubauen und ein bisschen mehr Vernunft reinzubringen. Ja, 15 Minuten über dieses Thema jetzt geredet. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das vielleicht einen kleinen Denkanstoß gebracht. Ihr könnt jetzt auch sagen, ich bin rechtsradikal, linksradikal, was auch immer. Ist mir auch egal oder ich bin dumm. Das juckt mich relativ wenig. Es sei denn, ihr seid natürlich dazu bereit, eure Meinung oder eure Anschuldigungen in einem Livestream oder Video dann auch wiederzugeben. Dann kommt gerne auf Discord. Ansonsten unterstützt mich gerne auf Patreon für diese Neutralität oder Sichtweise. Auf Paypal könnt ihr das gerne machen oder Banküberweisung. Ansonsten gebt einen Daumen hoch und teilt dieses Video auch sehr gerne in verschiedenen Foren oder Diskussionen, wo dann wirklich Streitgespräche auftreten und ihr wirklich mal sagt, guckt dir mal das Video von dem Daniel hier an. Vielleicht ist das ja eine Sicht, wie man hier vielleicht miteinander dann besser umgehen kann. Das war es zu diesem Thema. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.